SpaceX bereitet Rettungsaktionen für Starliner Crew vor. NASA hat eine Entscheidung für die Rückkehr des Boeing Starliners noch nicht getroffen. FAA sieht aktuell keine Umweltbedenken für die Ausweitung der Starship-Startoperation in der Starbase. SpaceX baut Treibstofffabrik direkt am Starship-Startplatz. ULA startet letzte Mission fürs Pentagon mit russischen Triebwerken. Neue Aufnahmen von Weltraumschrott vor Entsorgung und MT Aerospace testet Landebeine für die ESA. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Die SpaceX-Starship-Hardware für den nächsten Flug, die kommt einer Flugtauglichkeit immer näher. Ich hatte letzte Woche über den Static Fire von Ship 30 berichtet. Die Bilder hat SpaceX nun sogar als Zeitlupe nachgeliefert. Insgesamt sechs Raptoren, drei nicht schwenkbare Vakuum-Raptoren und drei schwenkbare Meereshöhen-Raptoren haben da gefeuert. Mittlerweile wurde Ship 30 in den Raketengarten gebracht. Laut NASA Spacelight gab es keinen sichtbaren Verlust an Hitzekacheln. Wir erinnern uns, diese Hitzekacheln, die wurden an Ship 30 alle nach dem vierten Flugtest getauscht, weil sich auf dem vierten Flug gezeigt hatte, dass das vorherige Design den Wiedereintritt nicht heil übersteht. Ja, nächster großer Test vor einem Start dann, ein Test der gesamten 121-Meter-Rakete in Startkonfiguration. Bei der sogenannten nassen Generalprobe Wet Dress Rehearsal werden dann alle Systeme bis auf eine Triebwerkszündung in einem realen Countdown getestet. Wie ich aus dem neuesten Video von meinem Kumpel Felix von Whataboutit weiß, geht Elon Musk aktuell von einem Startdatum Ende August, Anfang September aus. Wir haben Anfang August, ich denke, nicht die schlechteste Idee, den September schon mal im Kalender zu markieren. Ja, auch wenn die Hardware bereit sein sollte, bleibt spannend, ob die FAA bis dahin das geplante Fangen des Boosters in der Starbase erlaubt. Apropos Landen, sowohl Booster als auch Ship hatten auf dem letzten Flug eine weiche Landung im Meer demonstriert. Wie jetzt bekannt wurde, plant SpaceX, die Starship-Oberstufe vor der Küste Australiens zu landen und dann auch zu bergen. Ja, zu diesem Zweck führt SpaceX Gespräche mit den Behörden in Australien. Nach einer kontrollierten Wasserlandung im Indischen Ozean würde SpaceX dann das Starship in einen Hafen in Australien schleppen, um es dort zu untersuchen. Elon Musk hat ja angekündigt, dass SpaceX für die Oberstufe mindestens drei erfolgreiche Wasserlandungen durchführen wird, bevor man eine Rückkehr und das Fangen in der Starbase versuchen werde. Grund ist die hohe Geschwindigkeit beim Wiedereintritt. Sollten Systeme bei einem Landeversuch in der Starbase versagen, liegt die potenziell mögliche Fläche, auf der Trümmerteile niedergehen könnten, auch auf dem amerikanischen Festland. Ja, starten und fangen in der Starbase, das will SpaceX zukünftig mit dem sogenannten Mechazilla durchführen. Auf dem Gateway to Mars am Startplatz, da wurde die Woche das fünfte Turmsegment für den zweiten Start- und Fangturm montiert. Es fehlen mit dem Kopf also nur noch vier Segmente, bevor der Turm seine volle Höhe erreicht. Wie das Gateway to Mars mit dem zweiten Startplatz aussehen soll, darauf bekamen wir einen Hinweis durch Übersichtspläne, die SpaceX bei der FAA eingereicht hat, darauf gut zu erkennen, wie weit die Tankfarm ausgebaut werden soll, aber auch wie der zweite Startplatz aussehen soll. Wie der Starttisch zukünftig aussehen soll, wird hier leider nicht gezeigt. Die Vermutung liegt nahe, dass SpaceX das noch für sich behalten möchte. Der Flame Diverter Collection Pond, zu deutsch so viel wie Flammenabweiser-Sammelbecken, deutet aber darauf hin, dass wie auch am ersten Startplatz große Mengen an Wasser für den Flammenabweiser genutzt werden sollen und das Wasser dann in einem eigenen Becken aufgefangen werden soll. Große Änderungen, was die Startvorbereitung angeht, können wir wegen der Air Separation Unit erwarten. Aktuell müssen alle Flüssiggase für den Betrieb des Starships mit dem LKW zum Startplatz gebracht werden. 4.600 Tonnen Treibstoff, die zukünftig noch mehr werden sollen, erfordern dann immer hunderte von LKWs. Naheliegend, den Treibstoff vor Ort herzustellen. Mit dem Methan wird das schwierig, aber den Sauerstoff und den für den Betrieb der Tankfarm nötigen flüssigen Stickstoff, den kann man sich direkt aus der Luft holen. So macht man das auch für die industrielle Produktion von Sauerstoff und Stickstoff. Das Verfahren dafür hat übrigens 1902 ein Herr Linde erfunden. Aber zurück zum Starship. Damit das starten und landen kann, braucht SpaceX das OK der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FEE. Dafür ist auch zwingend eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung notwendig. Die aktuelle Umweltbewertung der Starship-Startoperation von SpaceX, die war noch von fünfjährlichen Starship-Super-Heavy-Starts ausgegangen. SpaceX hat nun bei der FEE um die Erlaubnis für bis zu 25 Flüge und auch 25 Landungen pro Jahr gebeten. Um diese 25 Starts zu ermöglichen, sollen 50 Betankungstests der gesamten Rakete sowie insgesamt 70 Sekunden statische Feuertests des Super-Heavy-Boosters erlaubt werden. Ja, laut FEE führt die Erweiterung der bestehenden Lizenz für den Starship-Super-Heavy-Betrieb von Boca Chica aus zu keiner signifikanten Umweltveränderung. Als nächstes folgt eine Reihe von öffentlichen Anhörungen im August. Nach der öffentlichen Kommentierungsphase wird die FEE dann eine abschließende Umweltbewertung erstellen, um über den Antrag zu entscheiden. Ganz interessant, SpaceX will keine zusätzlichen Straßensperrungen für Highway 4. Das ist ja für mich immer noch total unglaublich, dass man da auf wenige Meter an den Starship-Startplatz herankommt. Die Straße der Highway 4, die führt direkt an den Produktionsanlagen der sogenannten Star Factory vorbei und endet dann am Strand vor dem Startplatz. Laut FEE hat SpaceX die Dauer und die Anzahl der Straßensperrungen drastisch reduziert. Von Flug 1 zu Flug 3, da soll es eine Reduzierung der Zugangsbeschränkung um 85% gegeben haben. Weiter positiv auf die Zugangsbeschränkung wirkte sich auch das Messies-Testgelände aus, weil es nicht direkt am Highway liegt, sondern in einer Sackgasse sieben Kilometer westlich der Produktionsanlagen. Ihr habt vielleicht gehört, ich bin angeschlagen, bin erkältet. Da hast du natürlich als Selbstständiger richtig Angst vor, dass du krank bist, sondern irgendwie Verdienstausfall hast. Und so ist es auch mit einem YouTube-Kanal. Wenn du krank bist und keine Videos machst, dann verdient der Kanal kein Geld. Dass das Ganze nicht ganz so schlimm ist, das verdanken wir den Schutzengeln. Die Senkrechtstarter-Schutzengel, das sind ja alle Menschen, die Senkrechtstarter teilweise seit Jahren auch monetär unterstützen. All diesen Menschen sei hier herzlich gedankt. Die halten nämlich aktiv den Kanal am Laufen und helfen somit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video. Da ist ein Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Dankschön bekommst du ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung als YouTube-Kanal-Mitglied. Seit zwei Monaten befindet sich das Boeing-Starliner Raumschiff an der ISS. Aber die Rückkehr zur Erde, die verzögerte sich aufgrund technischer Probleme immer weiter. Ursprünglich sollten die Astronauten Butch Wilmer und Sonita Williams am 14. Juni zurückkehren. Probleme mit Helium-Lex und ausgefallenen Triebwerken verzögerten jedoch die Rückkehr. Wie der gewöhnlich sehr gut informierte Eric Berger auf Ars Technica schreibt, prüft die NASA alternative Optionen für die Rückkehr der beiden Testbluten des Starliners. Anonyme Quellen weisen auf eine Rückkehr mit SpaceX Crew Dragon hin. Diese Möglichkeit, die wird immer wahrscheinlicher, da die Triebwerke von Starliner weiterhin Probleme bereiten. Eine endgültige Entscheidung wird frühestens nächste Woche dann erwartet. Bisher wurde die endgültige Entscheidung, ob Starliner bereit sei, für eine reguläre Rückkehr immer wieder verschoben. Die NASA erteilte SpaceX bereits am 14. Juli einen Auftrag über knapp 270.000 Dollar für eine Sonderstudie zur Notfallreaktion. Die NASA sagte, diese Studie stehe nicht direkt im Zusammenhang mit den Problemen von Starliner. Laut zwei nicht genannter Quellen von Ars Technica würde diese Studie aber sehr wohl mit Starliner im Zusammenhang stehen. Die NASA hatte eine ähnliche Sonderstudie zur Notfallreduktion an SpaceX vergeben, als der NASA-Astronaut Frank Rubio nach einem Soyuz-Lag im Dezember 2022 an Bord der ISS gestrandet war. Letztlich kehrte Rubio mit einer eigens gestarteten Ersatz-Soyuz zur Erde zurück. Laut zweier Quellen von Eric Berger besteht eine mehr als 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Starliner Testcrew mit SpaceX Dragon zurückkehrt. Wobei die NASA wie gesagt noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat. SpaceX arbeitet aktuell an einem Szenario, bei dem zwei oder vier Astronauten an Bord von Crew 9 starten, also der nächste Crew Dragon start. SpaceX hat laut Berger bereits Raumanzüge für Wilma und Williams identifiziert, damit sie mit dem derzeit gedockten Crew 8 Raumschiff oder dem Crew 9 Raumschiff zurückkehren könnten. Eric Berger hält es für wahrscheinlich, dass ein möglicher Wechsel der Boeing-Starliner-Crew zu SpaceX Crew Dragon das Ende des Starliner-Programms bedeuten könnte. In seinem vierteljährlichen Ergebnisbericht meldete Boeing einen Verlust in Höhe von 125 Millionen Dollar für das Starliner-Programm und führte diese auf Verzögerung beim noch laufenden Crew-Flight-Test des Raumschiffs zurück. Boeing hat von der NASA in einem Festpreisvertrag 4,2 Milliarden Dollar für den Abschluss der Entwicklung des Starliner-Raumschiffs erhalten. Einschließlich der am Mittwoch bekannt gegebenen neuen Belastung summieren sich die Gesamtverluste für Boeing mit dem Starliner auf fast 1,6 Milliarden Dollar. Der NASA Crew 9 Start zur ISS wird frühestens am 18. August erfolgen. Ein Startdatum Mitte August stand ja zur Debatte wegen des Oberstufenfehlers während eines Starlink-Starts. Eine Startmöglichkeit für Crew 9 läuft bis Anfang September, dann steht der zeitkritische Start der Europa-Clipper-Mission der NASA mit einer Falcon Heavy an. Zur Erklärung, aktuell werden von SpaceX Crew-Starts mit Falcon 9 nur vom Pad 39A durchgeführt. Für die deutlich größere Falcon Heavy gibt es auch nur hier die passende Startinfrastruktur. Das Startpad 40 etwas weiter südlich in der Cape Canaveral Space Force Station mit Startturm und Crew-Axis-Arm, das soll zukünftig auch für Crew-Starts genutzt werden. Bisher wurde das Pad für den Dragon 2 aber erst einmal nur für einen Cargo-Start im März genutzt. Auch der Zeitplan für Polaris Dawn, die private Astronaut-Mission mit geplantem Weltraumausstieg, die wurde durch die Falcon 9-Anomalie beeinflusst und soll nun frühestens im Spätsommer stattfinden. Es gibt neue Nahaufnahmen der H2A-Oberstufe von Astroscale. Im Februar schickte Astroscale eine kleine Sonde in die Umlaufbahn, um die leergebrannte Oberstufe einer japanischen H2A-Rakete zu untersuchen, die seit über 15 Jahren im Orbit ist. Der Satellit Adras-J fotografierte die Stufe und führte eigenständig mehrere komplexe Anhörungsmanöver durch. Weitere Manöver sind geplant, um die Fähigkeiten für die Nachfolgemission Adras-J2 zu demonstrieren. Adras-J2 soll dann die H2A-Oberstufe greifen und kontrolliert in die Atmosphäre lenken. Ja, gerade das Greifen und Docking, besonders wenn es eigentlich nicht vorgesehen ist, gar nicht so trivial. Das Unternehmen Dawn Aerospace hat diese Woche einen kommerziellen Docking- und Betankungsanschluss vorgestellt. Der Anschluss, der auch über Daten- und Energieverbindungen verfügt, der soll das Wiederbetanken im Orbit ermöglichen und gleichzeitig herkömmliche manuelle Füllventile für das Betanken vor dem Start ersetzen. Neben der Betankung kann der Anschluss aber eben auch für Trümmerbeseitigungsoperationen genutzt werden. Also das, was man jetzt mit der H2A-Oberstufe schwierig sich erst überlegen muss, das kann man dann gezielt vielleicht mit einem außer Kontrolle geratenen Satelliten machen, weil man einen passenden Anschluss hat. Laut Dawn Aerospace wird der Anschluss 2025 verfügbar sein. Dawn Aerospace mit Sitz in den Niederlanden und in Neuseeland ist Unterzeichner der Zero-Debris-Charta der ESA. Der kommerzielle Raumstationsentwickler VAST arbeitet daran, Mikro-Gravitationslaboreinrichtungen auf der kommenden Haven 1-Station anzubieten. Die Haven 1-Raumstation soll frühestens im August 2025 mit einer Falkinein gestartet werden und nacheinander bis zu vier Crew-Dragon-Missionen empfangen. Der Laborplatz auf der Haven 1 wird zehn Standard-Nutzlastplätze bieten, die Nutzlasten von bis zu 30 Kilogramm und 100 Watt Stromverbrauch aufnehmen können. Kunden könnten die Proben oder Produkte dann mit den besuchenden Dragon-Raumschiffen wieder zur Erde zurückholen. Berater von VAST, unter anderem der Ex-Space-Exler Hans Königsmann. Klar ist er dann auch von den kommerziellen Raumstationen als das nächste große Ding in der Raumfahrt überzeugt. Den letzten Teil meines Interviews mit Hans Königsmann, den findet ihr unter dem Video verlinkt. Das chinesische Raumfahrtunternehmen Space Pioneer bereitet sich trotz des katastrophalen Tests im Juni auf den ersten Start seiner Tianlong-3-Rakete vor. Wir erinnern uns, bei einem Static-Fire-Test am 30. Juni rissen die Haltepunkte an der Raketenstruktur, der Rakete flog ungeplant los, fiel zur Erde zurück und explodierte. Auch wenn bei diesem Fehlschlag niemand zu Schaden gekommen sein soll, die Community war schockiert, besonders von den Aufnahmen von Anwohnern. Space Pioneer entschuldete sich für den Fehlschlag, setzte aber seine Startbemühungen offensichtlich fort. Es sind Bilder eines Testmodells für Integrationstests aufgetaucht. Bemerkenswert ist das Längen-Breiten-Verhältnis, das sehr an eine Falcon 9 erinnert. Technisch macht das Längen-Breiten-Verhältnis der Falcon 9 übrigens nicht unbedingt Sinn. Vielmehr war es der Festlegung auf den Hauptdurchmesser für regulären Straßentransport in den USA geschuldet. Als die Rakete leistungsstärker werden sollte, verlängerte SpaceX dann die Falcon 9 immer weiter. Das Augsburger Luft- und Raumfahrtunternehmen MT Aerospace hat mit den Tests der Themis-Landebeine begonnen. Die von MT Aerospace entwickelten Landebeine für Themis sind sieben Meter hoch und bestehen aus Kohlefaser-verstärktem Kunststoff. Die Tests begannen mit kleinen Fallhöhen und endeten schließlich mit einem vollständigen Ausfahrtest aus der aufrechten, verriegelten Position. Laut einem LinkedIn-Post von MT Aerospace hielten die Beine die gesamte Aufprallenergie aus und fuhren ordnungsgemäß aus. Themis, das ist eine experimentelle, wiederverwendbare, einstufige Suborbital-Rakete, die im Auftrag der ESA entwickelt wird. Ein Start des etwa 30 Meter hohen Themis-Technologiedemonstrators wird nicht vor 2025 erwartet. Nicht aus Kohlefaser, sondern aus Glasfaser sind die neuen Flugzeugstrukturen für die Raumflugzeug-Demonstratoren Mira 2 und Mira 3. Die gehören der Polaris Raumflugzeug GmbH. Mira 2 und 3 sind identisch und 5 Meter lang. Der Antrieb, der erfolgt mit Turbinen und einem von der Polaris Raumflugzeug GmbH selbst entwickelten linearen Aerospace-Raketentriebwerk, das flüssigen Sauerstoff und Kerosin verbrennt. Polaris plant den Beginn der Flugtext für Mira 2 bereits für September. Mira soll das letzte reine Technologiedemonstrationsfahrzeug von Polaris sein. 2025 soll zum etwa 8 Meter langen Überschallnachfolger Nova gewechselt werden. Diese soll dann auch Kohlefasertechnologie nutzen, die bei Mira noch nicht notwendig ist. Nova soll dann auch der Prototyp für ein kommerzielles Produkt werden. Die Polaris Raumflugzeuge sollen einmal Nutzlasten von bis zu einer Tonne in den niedrigen Erdorbit befördern können. Die US Space Force hat ihre Startverträge mit der United Launch Alliance und SpaceX um fast 1,8 Milliarden Dollar erhöht. Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die bevorstehende Vergabe der National Security Launches Phase 3, also der nächsten Phase, sondern sind einem zusätzlichen Bedarf des Pentagons geschuldet. Die Bewerbung für die nächste Phase der National Security Space Launches soll 2025 starten und man erwartet, dass hier weitere Anbieter außer SpaceX und ULA ins Spiel kommen, zum Beispiel Blue Origin. Großteil des ULA-Umsatzes zahlt der US-Steuerzahler. Wie Ars Techniker berichtet, will ULA den Startfotografen das Recht aberkennen, ihre Fotos kommerziell zu verkaufen. Ursprünglich mussten Startfotografen für die Presse arbeiten oder einen Auftrag eines Verlages haben, um Zugang zu den Startplätzen zu halten. In den letzten Jahren wurden aber immer mehr auch Social-Media-Influencer zugelassen, was zu einer großen Vielfalt an Fotografen führte. Viele verkauften dann ihre Bilder als Plakate oder Kalender online, um ihre Kosten zu decken. Genau das untersagt man den Fotografen jetzt. Ist zwar das gute Recht von ULA, dürfte aber dazu führen, dass weniger Fotografen die Starts von ULA abdecken werden. Vielleicht ist das auch politisch so gewollt. Und das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. ULA hat die letzte Atlas V mit einer Nutzlast für das US-Verteidigungsministerium gestartet. Alle weiteren Flüge für das Pentagon, die werden mit der neuen Vulcan-Rakete erfolgen. Das ist auch deshalb interessant, weil damit die Phase endet, in der die USA auf russische RD-180-Triebwerke angewiesen waren. Wobei die Atlas V vor ihrer Außer-Dienststellung noch 15 weitere Male fliegen wird. Halt nicht für das Pentagon. Ja, es hat gerade noch für die News letzte Woche gereicht. SpaceX ist zurück. Mit gleich drei Starling-Starts von allen Falcon Pets hintereinander und drei Landungen. Und das innerhalb von 28 Stunden hat SpaceX sehr eindrücklich gezeigt. Wir sind wieder da. Am Donnerstag ist in China eine lange Marsch 3B gestartet. Am Freitag ein weiterer Starling-Start vom Kennedy Space Center. Und eine Elektron von Rocket Lab aus Neuseeland auch am Freitag. Ja, wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte sowohl von der Vandenberg Space Force Base als auch von der Cape Canaveral Space Force Station jeweils eine Ladung Starlings gestartet sein. Noch schnell die Starts der kommenden Woche. Am Dienstag eine lange Marsch 6A von Taijuan. Nutzlas ist mir nicht bekannt. Und am Mittwoch, 7. August, Starlings von Cape Canaveral. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Bleibt gesund. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön zinkreich bleiben. Dein Mau. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.